E-Bero Office 6.2 kommt jetzt mit einer neu designten Benutzeroberfläche mehr Funktionen und ist schneller und kompatibler. Die Registerleiste ist eine neue, aber optionale Benutzeroberfläche. Sie vereint Werkzeugleisten, welche im Register aufgeteilt sind und ermöglicht Ihnen ein schnelleres und intelligenteres Arbeiten. Die Registerleiste ist nicht voreingestellt. Um sie auszuwählen, gehen Sie zur Ansicht, Benutzeroberfläche und wählen Sie in Registern. Jetzt können Sie zwischen den Registern wechseln, um auf die verschiedenen Einstellungen und Funktionen zuzugreifen. Fahren Sie mit der Maus über die jeweilige Schaltfläche, um Ihre Funktion zu erfahren. Oben links befinden sich die Schaltflächen für den Schnellzugriff. Öffnen, speichern, rückgängig, wiederherstellen und drucken. Die Menüleiste können Sie hier öffnen. Um die normale Benutzeroberfläche wiederherzustellen, gehen Sie zu Ansicht, Benutzeroberfläche und Symbolleisten. Sie können auch gruppiert kompakt als alternative Ansicht wählen. Dort erlangen Sie schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen und finden weitere über das Dropdown-Menü. Um zur ursprünglichen Benutzeroberfläche zurückzukehren, klicken Sie auf Menü, Benutzeroberfläche und Symbolleisten. Die OOXML- und EMF-Unterstützung wurde verbessert, um vor allem Diagramme und Animationen in Microsoft Office-Dokumenten noch kompatibler zu machen. Für eine verbesserte Dokumentensicherheit wurde außerdem die agile OOXML-Verschlüsselung sowie eine HMAC-Verifizierung implementiert. Unterschriftszeilen können Sie mit Ihrer handschriftlichen Unterschrift erstellen. In der Hilfe-Funktion werden Stichworte jetzt schneller gefiltert. Die Begriffe werden bei der Eingabe hervorgehoben und dem Modul entsprechend angezeigt. Kontextmenüs wurden in den Modulen so angeordnet, dass die Funktionen einheitlich angezeigt werden. Auch der Personalisierungsdialog ist jetzt schneller, effizienter und stabiler. In Writer können Sie jetzt Daten aus einem Tabellenblatt direkt in bereits vorhandene Tabellen kopieren, statt sie nur als Objekte einzufügen. Ein UTF-8 und UTF-16 kodiertes Dokument können Sie ohne Byte-Reihenfolge-Markierung exportieren und speichern. Leber Logo, die Programmierschnittstelle für Grafikdesign und zugleich ein Lerntool für junge Menschen, hat jetzt eine Prüfungsfunktion und Compiler-Korrekturen. Die Funktion zum Verfolgen von Änderungen wurde verbessert, sodass ein schnelleres Arbeiten möglich ist. In Ihrem Tabellenblatt sind jetzt mehrdimensionale Regressionsanalysen mit Hilfe des Regressionswerkzeuges möglich und viele weitere Kennzahlen sind in der Analyseausgabe verfügbar. Die Datenüberprüfung unterstützt außerdem benutzerdefinierte Formeln. Die Funktion Regaos erkennt Wörter im Text, welche Sie durch reguläre Ausdrücke ersetzen können. Wenn Sie eine Animation bearbeiten, können Sie jetzt den Bewegungspfad ändern, indem Sie die Kontrollpunkte bewegen. In Draw wurden mehrere textbezogene Zeichnungsstile sowie auch ein Untermenü für Tabelle im Menüformat hinzugefügt. Auch lieber Office Online, die cloudbasierte Version des Office-Pakets beinhaltet viele Neuerungen. Die Benutzeroberfläche wurde auf Mobilgeräten vereinfacht und die Bildschirmtastatur wurde aktualisiert. Für eine höhere Sicherheit sind Authentifizierungen und Dokumentensignierungen jetzt mit VARINE kompatibel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017